Durch Deutschland geht ein tiefer Riss, der spaltet die Nation. Ne Neuheit ist das nicht gewiss, doch von Interesse schon. Das Beispiel Krupp und Krause klärt den wirklichen Verlauf. Der deutschen Spaltung zugehört als Klassenfrage auf. Denn Krupp ist Monopolherr und Krause ist politisch. Das ist der Klassengegensatz, den jedermann versteht. Musik Und jetzt, für einige Soothing-Sounds von Squidward's Klarinett. Danke, danke. Danke, danke. 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 Das war's, das war's. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020